Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Deutschland im Jahr 2050. Die Autos fahren größtenteils vollautomatisch und moderne Technik hat ganze Berufsbilder verändert. Die digitale Revolution schreitet mit rasender Geschwindigkeit voran. Und das wirft ganz besonders bei der jüngeren Generation Fragen auf. Was ich besonders spannend finde, ist eigentlich das Thema der Digitalisierung. Das heißt, wie wird sich die moderne Technik auf unser alltägliches Leben auswirken. Ob meine Berufswahl, die ich heute treffe, auch noch in der Zukunft trägt. Ob sie mich bis zur Rente bringt oder ob ich mich zwischendurch noch einmal umschauen muss. Ich frage mich eigentlich, wie das Zusammenleben mit den Menschen in Deutschland seit 2050 aussehen wird. Wie Leute verschiedener Herkunft miteinander umgehen werden. Diese und viele andere spannende Fragen zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands wollen wir mit Ihnen diskutieren. Und zwar auf dem Zukunftskongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit vielen spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und natürlich auch unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Schauen Sie vorbei und diskutieren Sie mit uns am 27. April in Berlin. Anmeldeinformationen und das Programm finden Sie im Netz. Und falls Sie nicht mit dabei sein können, ist das auch kein Problem. Wir übertragen die Veranstaltung natürlich auch per Livestream im Internet. Oder Sie diskutieren bei Twitter mit unter dem Hashtag D2050. Wir freuen uns auf viele spannende Impulse.